Hey Leute, hier ist Max Giesinger, macht mit bei Radio Salü, Sternregen und helft saarländischen Kindern und Familien in Not. Wir alle können dazu beitragen, sozial benachteiligen Kindern und deren Eltern ein fröhliches, ungesehenes Weihnachtsfest zu beschreiben und sie zumindest in dieser besonderen Jahreszeit für einen Moment ihre Sorgen vergessen zu lassen. Spendet für Sternregen, jeder sind hilft. Untertitelung des ZDF, 2020